Haben Sie auch das Gefühl, dass die ganze Welt im Fugel geraten ist? Mir geht es ebenfalls so und ich versuche zu verstehen, woran es liegt. Wie können wir Disinformationen erkennen? Was sind die Pakten? Wann ist der Corona zu Ende? Wann ist der Ukraine-Frieg zu Ende? Wann werden wir endlich mal von russischer Energie unabhängig? Kommen Sie mit auf meinen Weg und lassen Sie uns mit Menschen sprechen, die Verantwortung dafür haben oder die uns helfen können, zu verstehen, was passiert. Jeden Sonntag um 18 Uhr spreche ich mit spannenden Gästen und wir versuchen gemeinsam mehr zu verstehen, was heute in der Welt passiert. Let's be real! Folgen Sie mir! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Wir sehen uns beim nächsten Mal!